Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spiele-Blog zu euch nach Haus. Hallo liebe Zuschauer, wir sind hier bei Lookout und auch da wollte ich euch die Highlights vorstellen, wobei das ein oder andere Spiel habe ich schon vorgestellt. Ich bekomme auch professionelle Unterstützung jetzt hier gleich. Aber bevor wir anfangen mit dem Interview, wird der eine oder andere sagen, wow, habt ihr einen coolen Tisch. Ja, Lookout hier hat in dem Fall Tische von Hühner, in dem Fall Spieltische. Die kommen bei Kickstarter, ich glaube im November, 16. November, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Auch mit so Matten, wo man austauschen kann, je nach Thema, werden geliefert, wenn das richtig gesagt, ich glaube 39 Euro Porto, vier Pakete. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen, bevor nämlich gleich die Frage kommt, wo man die Tische herbekommt, da gibt es einen Kickstarter. So und damit wollen wir jetzt aber auch einsteigen mit den Spielen in dem Fall. Wobei, wir fangen erstmal hier auf der Seite an mit Hexenhaus. Das habe ich euch nämlich schon vorgestellt. Das ist ein richtig schönes Familienspiel. Ja, absolut. Auch spielbar in zwei Varianten. Ich weiß nicht, welche ihr gespielt habt. Beide, beide. Also gerade wenn die Kinder noch ein bisschen jünger sind, kann man das mit diesen einfachen Punktekarten spielen. Wenn sie dann ein bisschen älter sind, mit diesen Siegpunkt-Bonus-Karten. Ja, ist im Prinzip ein, ich würde sagen, Dominostein-Puzzlespiel in 3D. Ich glaube, das trifft es ganz gut, bei dem man im Prinzip sein Hexenhaus aufbauen muss und mit den Lebkuchen, die man verbaut, ja, Geister und Fabelwesen aus dem Wald einfangen muss. Richtig toll. Schaut euch auf jeden Fall mal das Video an, wo wir hier gedreht haben. Sehr einstiegsfreundlich. Ansonsten könnt ihr natürlich die umfangreichere Variante nehmen, wobei so komplex ist die auch nicht. Es ist ein schönes Familienspiel, viele fragen mich immer nach dem Alter, ab acht Jahre ist das Ganze. Das kriegen sicherlich auch schon Siebenjährige hin, wenn sie geübt sind. Geht recht schnell, 30 Minuten. So, und jetzt gleich das nächste Spiel, was ich euch erst vor ein paar Tagen, glaube ich, gezeigt habe auf Video. Das Druiden in dem Fall, Isle of Sky, eine neue Erweiterung, die zweite Erweiterung. Und dieses Mal nicht mehr so komplex wie der Wanderer, sondern das fügt sich eigentlich perfekt in diese Kennerspiellinie ein des Grundspiels. Ja, genau. Wir wurden einfach oft gefragt, könnt ihr nicht einfach mehr Plättchen machen? Und ja, das haben wir in dem Fall getan. Nur mehr Plättchen alleine nützt ja nichts. Du musst ja irgendwie ein Spiel kriegen. Und genau das passiert jetzt eben in dieser zweiten Verkaufsphase in der Erweiterung. Plus, wir haben uns gedacht, einfach nur die ganz normalen Plättchen wäre auch irgendwie langweilig. Darum gibt es jetzt noch diese Sonderplättchen, bei denen man permanente Vorteile bekommt, über diese Skifahrtafeln, die da drauf sind. Auch richtig gut, wie gesagt, könnt ihr auch mal in das Video reinschauen. Und damit habe ich jetzt erstmal erklärt, wo ich jetzt gesagt habe. Wir kommen jetzt zu Caverna. Das Spiel wollen wir euch noch vorstellen, auch wenn es schon etwas älter ist. Aber manchmal müssen wir das Rad ein bisschen von hinten aufrollen. Es gibt jetzt die Erweiterung zu Caverna, ein sehr beliebtes Spiel. Manche sagen, es ist etwas komplexere Agricola in dem Fall. Das Dynamischere würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Und ja, die Erweiterung ist ganz neu, jetzt erst in Essen wirklich rausgekommen. Und es geht jetzt im Prinzip darum, dass wir nicht mehr wie bei Caverna alle mit dem gleichen Setup anfangen. Sondern hier haben wir jetzt acht Völker drin. Und jedes Volk hat gewisse Nachteile, die mitunter auch erheblich sind. Aber auch sehr starke Vorteile. Also ja, das ist gut so ausbalanciert, dass jeder im Prinzip eine andere Bedingung hat, mit denen er klarkommen muss. Die, ja, wie gesagt, auch mitunter sehr streng wirken können. Sieht schon mal grafisch richtig cool aus. Also, wie gesagt, werden wir euch wahrscheinlich noch zum späteren Zeitpunkt vorstellen. Das Gleiche trifft auch Neom zu. Aber wir bewegen uns hier nicht mehr in der Familienrichtung, wie bei Caverna auch und bei Neom auch nicht mehr. Das richtet sich eher an die Kennerspieler, gegebenenfalls Vielspielerspiele. Ja. Und bei Kennerspiel steht ja drauf, also schon das klassische Kennerspiel. Ja, würde ich auf jeden Fall auch so unterstreichen. Wir sind ja auch bei einer Spielzeit von, ja, 45 Minuten bis eine Stunde rum. Es ist im Prinzip ein Drafting-Spiel. Nur wir draften keine Karten, sondern diese Stadtblättchen. Und diese Stadtblättchen muss man dann auf seiner eigenen, ja, Landschaft verbauen. Die produziert am Anfang nur eine Ressource. Im ganzen Spiel kommen dann noch insgesamt 16 Ressourcen dazu. Also wir haben in Summe 17 Ressourcen in dem ganzen Spiel, die man produzieren kann. Plus, die Gebäude haben natürlich Wechselwirkungen, so wie bei SimCity. Also Industriegebiet, eben Wohngebiet ist jetzt nicht ganz optimal. Polizeiwachen beschützen Gebäude rundherum und so weiter. Also, da bin ich sehr gespannt. Ja, jetzt nochmal natürlich was, was der ein oder andere kennt. Und Kaverna, jetzt sagt der ein oder andere, der sich jetzt noch gar nicht so auskennt in der Welt von Kaverna. Nochmal eine Erweiterung von Kaverna. Jein, nur zu einem anderen Setz dann in dem Fall. Genau, also es ist für Kaverna Höhle gegen Höhle. Also für das reine Zwei-Personen-Spiel. Epoche Zwei ist Glanz, denn es führt das erste Spiel fort, beziehungsweise man kann das erste Spiel fortführen. Das heißt, man spielt das erste Spiel und hängt dann hier den Plan hinten dran und es geht dann weiter. Es gibt auch eine Quereinstiegs-Variante, wo man den Anfang im Prinzip nicht spielt, sondern dann wirklich nur diese Epoche Zwei. So, und das Spiel, was mir jetzt vor kurzem empfohlen wurde, wo schon die Familienrichtung geht, das ist Piepmatz in dem Fall. Das ist so unscheinbar ab zehn Jahren zwei bis vier Spieler. Ja, das ist schon vor einem halben Jahr rausgekommen. Und es ist grundsätzlich eigentlich nur ein Set-Collection-Spiel. Allerdings dieses nur ist mit Vorsicht zu genießen, denn es ist extremst taktisch. Und auch die Spielzeit, sie ist zwar mit 30 Minuten angegeben, ich würde aber eher mal bis 45 Minuten, bis eine Stunde sagen. Wo es im Prinzip darum geht, dass man ein Vogelhäuschen in der Mitte hat und rundherum platziert man seine Vögel. Und je mehr Vögel hinter dem ersten Vogel dran sitzen, dann wird der erste Vogel irgendwann vertrieben. Nimmt dann ein Futterkärtchen mit, was allerdings auch mit Strafen belegt sein kann in Form von Eichhörnchen oder Krähen, die dann Minuspunkte geben oder einen dazu zwingen, Karten wieder abzuwerfen. Ja, wieder ist es sehr taktisch, dadurch, dass man eben auch Kettenreaktionen auslösen kann oder auch mit Spielern in die Parade fahren kann, wenn die auf bestimmte Vögel aus sind im Spiel. Ja, und dann kommen wir zu Agricola, ein Spiel, wo, jetzt muss ich mal überlegen, Moorbauern ist, glaube ich, auch neu aufgelegt worden. Und dann, das stelle ich euch auch noch vor, ja, es gibt noch einiges, was ich euch zeigen will, da war ich schon baff, was das Material angeht, also wer jetzt denkt, Moorbauern, ja gut, wird dann eine neue Edition. Da hat man sich richtig schön Mühe gegeben mit den kleinen Betten, Moorbauern, also da müsst ihr auf jeden Fall mal reinschauen, was jetzt Agricola angeht. Aber hier haben wir das Bubu-Klus-Deck, die ich mal beschauen. Bubu-Klus-Deck. Das ist ja was einfacher mit dem Artifact-Deck, das könnte man erwarten. Und das geht aber genau in die gleiche Richtung. Also wir haben jetzt ja dieses Artifact-Deck gehabt, und dieser ist das Bubu-Klus-Deck. 120 neue Karten, ja, sind grundsätzlich ausgelegt für die neue Auflage, aber auch mit dem alten Spielbar. Genau, also das schauen wir sicherlich in Zukunft auch an. Wer Agricola noch nicht kennt, das gibt es wie gesagt in zwei Ausführungen oder mehreren, als Familienspiel, als Kennerspiel, als Zweipersonenspiel, ja, schon teilweise für die Familien, aber auch für das gehobene Publikum, wer es dann komplexer mag, den rate ich dann eher zu dem Kaverna-Thema, wobei alle Spiele durchaus ihre Berechtigung haben, aber da werfen wir auf jeden Fall in Zukunft noch einen Blick drauf. Und da sind wir schon beim letzten Spiel, wobei natürlich auch hier, das ist eine Erweiterung, es ist ein Nussfjord. Auch ein Uwe-Rosenberg-Spiel, ein Kennerspiel aus dem vergangenen Jahr, jetzt mit einer Erweiterung. Ja, du hast exakt alles dazu gesagt. Vielleicht ein paar Infos, was diese Erweiterung zu bieten hat. Ja, es sind neue Karten drin, also neue Gebäude, es ist ein Neu-Ältester drin und es sind so kleine Metallmünzen drin. Ja, sieht recht schick aus und ja, ansonsten sorgt es eigentlich wieder dafür, mehr Varianz im Spiel. So, und von wegen auf Wiedersehen, das sagen wir gleich. Mir ist nämlich gerade noch eingefallen, wir haben noch ein Spiel vergessen, Patchwork Express. Da können wir es ganz schnell machen, weil da habe ich auch schon ein Video gemacht, in dem Fall mit dem Elias, das heißt mit dem Sohnemann, hat auch durchaus seine Berechtigung, weil wenn man hier sieht, Generationsspiel, in dem Fall jung und alt, ist also ein Spiel, wo Opa bzw. Oma mit Enkel oder Enkelin spielen kann. Und genau so, naja, so alt bin ich jetzt noch nicht, aber in dem Fall, der Elias ist sechs Jahre und das ist in dem Fall eine einfache Version von einem Klassiker Patchwork. Ja, genau, also einfacher in dem Sinne, es ist zunächst mal schneller, also es gibt weniger Runden. Die Teile sind größer, das ist gerade für die Habtik, glaube ich, für jüngere Kinder und für Ältere ganz wichtig. Wir haben weniger Zahlenwerte auf den Teilen drauf, es gibt auch weniger Knöpfe, das heißt die ganze Rechnerei wird weniger. Zusätzlich spielt man am Anfang mit weniger Teilen, denn diese blauen Teile kommen erst später in den Spiel, das heißt man muss sich dann auch nicht so sehr drauf konzentrieren, was kommt denn jetzt noch am Ende, sondern man weiß das von vornherein schon, man muss sich dann nicht so drauf konzentrieren, ja, wenn ich jetzt das nehmen kann, der andere nur die und die nehmen, das heißt, es wird dann übersichtlicher einfach für die Spieler. Also das könnt ihr auf jeden Fall anschauen, aber ja, ich denke, das waren alle Infos. Okay, herzlichen Dank dir. Ja, sehr gerne, vielen Dank. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spiele-Blog, es war ich nach Haus.